Spieleinsel hat Geburtstag. Am 2. Januar 2021, also vor drei Jahren, habe ich mein erstes Video veröffentlicht. Angefangen hat alles mit der Idee, anderen Spielern den Einstieg in Spielen zu erleichtern und euch kurze und verständliche Anleitungen mitzugeben, so dass ihr direkt mit den Spielen starten könnt. Schon mit dem zweiten veröffentlichten Video der Anleitung zu Kalaha hat der Kanal einen unglaublichen Zuspruch erhalten und mich in meiner Motivation bestärkt. An dieser Stelle geht ein Riesendank an euch, Zuschauer, Abonnenten und Kooperationspartner raus. Durch die guten Aufrufzahlen und tollen Kommentare bleibe ich stets motiviert und freue mich, dass meine Arbeit so gut bei euch ankommt. Ich möchte einen kurzen Überblick über das bisher Erreichte mit euch teilen. Wir sind mittlerweile 900 Abonnenten. Ich konnte euch bereits über 155 Videos zur Verfügung stellen, welche ihr über eine halbe Million Mal angeklickt habt und euch 28.000 Stunden lang unterhalten konnten. Neue Spiele für weitere Videos liegen schon bereit und warten nur darauf, erklärt zu werden. Außerdem möchte ich euch weiterhin kurze Überblicke zu neuen Spielen geben. Der Kanal existiert für dich als Zuschauer und soll dir weiterhelfen. Schreibt mir also gern in die Kommentare, was du dir an Inhalten für die Zukunft wünschst. Ich freue mich auf die nächsten drei Jahre Spieleinsel mit euch und lasst uns nun gemeinsam die Tausender Marke knacken. Ich freue mich auf die Kommentare. Vielen Dank.